Klimaschutz hat mich schon immer beschäftigt. Als Ingenieurin kann ich meinen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Dozierenden der ZHW kommen aus der Wirtschaft und arbeiten in diesem Bereich in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Unternehmen zusammen. So kann ich mich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit erneuerbaren Energien befassen. Wie werden wir uns in der Zukunft fortbewegen und wie kann Mobilität nachhaltiger werden? Diese Fragen haben mich zum Studium an der ZHW motiviert. Als Ingenieur wollte ich etwas verändern können. Die naturwissenschaftlichen und fachlichen Grundlagen sind eine exzellente Basis um die Mobilität von mir aktiv mitzugestalten. Mich fasziniert, wie die Digitalisierung viele Lebensbereiche verändert. Als Ingenieurin kann ich mithelfen, Produkte und Dienstleistungen zu optimieren oder präzisere Diagnosen und eine bessere Behandlungsqualität im Gesundheitswesen zu erreichen. An der ZHW im Grossraum Zürich kann ich aus vielen Modulen auswählen und mich in diesen Bereichen spezialisieren, die mich wirklich weiterbringen. Als Stadtmensch interessiert mich das Konzept für die Smart City. Eine Stadt, die durch den Einsatz von modernen Technologien effizienter, nachhaltiger und lebenswerter wird. Als Ingenieur ist es mein Ziel, die Lebensqualität im urbanen Raum zu verbessern. An der ZHW habe ich die Möglichkeit, mir neben dem Grundwissen in meinem Fachbereich aus der für nötigen, interdisziplinären Wissen anzueignen. Als ZHW-Ingenieurin kann ich einen Beitrag zur Energiewende leisten. Und ich kann die Mobilität nachhaltiger gestalten. Mit innovativen Technologien kann ich Ressourcen schonen. So kann zum Beispiel auch die Lebensqualität in Städten verbessert werden. ZHW, da startet auch dein Weg in die Zukunft.